Hallo Freunde des geflickten Hörbuchs, heute Resturlaub, ein Buch von Tommy Jaut, gelesen von Christoph Maria Herbst, der Klappentext, eine ziemlich komische Geschichte für einen 37-jährigen Brauereimanager, der ausgerechnet am Ende der Welt das sucht, was er zu Hause längst hatte. Seine Eltern wollen endlich mal Enkel. Seine Kumpels wollen, dass er sich endlich ein Eigenheim zulegt und sein Chef besteht darauf, dass das Apostroph im Firmenlogo da bleibt, wo es seit 37 Jahren steht. Als dann auch noch auf einer Hochzeitsfeier seine Freundin Kinderwünsche äußert, weiß der Brauerei-PR-Mailager Peter Pitschi, gräulich, 37 Jahre alt, was er will, raus aus der Provinz, raus aus seinem kleinbürgerlichen Leben, so schnell und so weit weg wie möglich. Meine persönliche Rezension Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Der Deutsche, oder genau der Franke, Mitte 30, bekommt die Mitlaufkrise und wandert spontan nach Argentinien aus. Das Buch ist einfach ein Brüller. Man muss lachen, wenn Christoph Maria Herbst den fränkischen Polizisten in seiner Behäbigkeit vorstellt. Oder auch den steinalten Brauereibesitzer, der absolut nichts verändern will, weil das schon immer so war und das neumodische Zeug doch sowieso nichts taugt. Es ist ein Hörbuch, wo ich mir nicht sicher bin, ob die gedruckte Version genauso gut rüberkommt. Jetzt könnte ich es selbst nach dem Lesen nicht mehr sagen. Denn die Stimme zu den Personen, die Christoph Maria Herbst gesprochen hat, werde ich nicht mehr aus meinem inneren Ohr bekommen. Aber egal, wie gut ein Sprecher ist, wenn das Buch nicht gut ist, hilft es auch nicht. Und auch Tommy Jaut hat hier ganz Arbeit geleistet. Bei diesem relativ kurzen Hörbuch mit knapp unter 5 Stunden fällt es mir schwer, näher auf den Inhalt einzugehen, da ich keinen die Überraschung vermiesen will, was Peter Pitche gräulich alles in Argentinien erlebt. Das Buch ist bereits 2006 erschienen und erhielt den Gold-Hörbuch-Award 2011. 2011 wurde es fürs Kino verfilmt, wobei Tommy Jaut selbst das Drehbuch schrieb. Es ist also in praktisch jeder Form erhältlich. Resturlaub ist genau das Richtige, wenn der Sommer gerade mal wieder Pause einlegt und dicke Wolken die Sonne verdecken. Es bringt einem sofort ein strahlendes Lachen auf die Lippen. Das Hörbuch ist im Aragon Verlag erschienen und kostet um die 10 Euro. Und ich, also als MP3-CD und ja, wie gesagt, ungefähr 286 Minuten lang und ja, viel Spaß beim Hören wünscht euch, euer Markus von literaturlaunch.eu. Hören. Hören. Vielen Dank.